Musik Gemeinsam mit ihrem Mann Frank führt sie seit 2007 sehr erfolgreich die Fleischerei Frank Gerber in Sandow. Man kennt und schätzt ihre offene und freundliche Art. Jana Gerber arbeitet darüber hinaus seit einem Jahrzehnt aktiv und sehr engagiert, ehrenamtlich für die Unternehmerfrauen im Handwerk in Cottbus und ist 2018 zur Vorsitzenden gewählt worden. Der Arbeitskreis führt bis zu zehn Veranstaltungen im Jahr zu den unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel Haftungsfragen für Selbstständige, Gesundheitsvorsorge im Handwerksbetrieb, Steuerneuigkeiten oder verschiedene Exkursionen durch. Höhepunkt im vergangenen Jahr war der Gedankenaustausch mit Bundeskanzler Olaf Scholz hier in Cottbus zu Frauen im Handwerk. Unter anderem wurde dabei eine Verbesserung der sozialen Absicherung in der Situation für selbstständige Unternehmerinnen vor und nach der Entbindung eines Kindes gefordert und mit dem Regierungschef besprochen. Die Stadt Cottbus sagt Danke. Jana Gerber wird heute für ihr hohes ehrenamtliches und unternehmerisches Wirken geehrt und darf sich in die Ehrenchronik der Stadt Cottbus-Cosobus eintragen.